Polizisten tun es privat, Väter, Mütter, junge Männer, Pensionistinnen, eigentlich wir alle. Wir fahren immer wieder häufig zu schnell. Wieso eigentlich? Was steckt da dahinter und dass es sich um ein biologisches Phänomen handelt, das das bedingt, das werden wir heute in Natur objektiv besprechen. Und was das Ganze mit Fliegen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich jetzt in Natur objektiv. Und schon wieder passiert ein paar Kilometer zu schnell in der 30er Zone. Warum fahren wir eigentlich so häufig immer zu schnell? Das Ganze hat natürlich nichts mit dem Rasen zu tun, wie das alarmistisch in den Medien jedes Jahr breitgetreten wird. So und so viele Raser wurden wieder dingfest gemacht und von der Polizei bestraft. Das hat damit gar nichts zu tun. Das Rasen ist selbstverständlich etwas ganz anderes. Etwas, das vollkommen unangepasst von der Geschwindigkeit bezüglich des eigenen Fahrkönnens, des eigenen Fahrzeugs und der Straßenverhältnisse stattfindet. Nein, das was großflächig passiert, ist diese typische Überschreitung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit in einem Ausmaß von 2, 3, 5, vielleicht 10, vielleicht 20 kmh. Aber wieso? Die Ausrede, die normalerweise verwendet wird, und das werden alle, die in der Exekutive arbeiten, bestätigen, ist meistens, man hat es eilig. Und das ist das, was man immer wieder sagt, ich muss dringend irgendwo hin, ich bin verspätet, ich muss in die Arbeit. Aber dass es damit gar nichts zu tun hat, das werden wir uns heute in diesem Clip näher anschauen. Alle Äthologen wissen, wenn man bei einer Tierart, die man beobachtet, ein Verhalten immer und immer wieder feststellen kann, und selbst dann, wenn man versucht, dieses Verhalten durch verschiedene Trainingsmaßnahmen oder durch Blockierungen wegzubringen, und das Verhalten nicht und nicht verschwinden will, dann nennt man sowas ein Universalium. Man könnte auch sagen, dass das zu schnell fahren eine Art Universalium für uns Menschen ist. Wir können es einfach nicht lassen. Diese Ausrede, dieses Gefühl auch selber zu haben, ich bin jetzt zu schnell gefahren, weil ich es eilig habe, ist etwas, was tief in uns drinnen steckt, aber es trifft den Kern nicht ganz hundertprozentig. Es hat nämlich biologisch mit etwas anderem zu tun. Ja, und weil es so schön war, gleich noch einmal 32, 35, 41 in der 30er Zone. Wir können das an den Geschwindigkeitsanzeigen am Straßenrand beobachten. Und man kann sich ein bisschen, wenn man daneben steht, ein Bild davon machen, dass es immer und immer wieder passiert. Nun, der biologische Grund, warum wir das machen, liegt in unserem Moment. Und zwar meine ich das Moment und nicht den Moment. Der Moment ist nämlich ein Begriff, der den Augenblick charakterisiert. Das heißt, der Moment wäre das, was wir als Gegenwart empfinden, als Augenblick. Dauer vielleicht ein bis zwei Sekunden und dann verschwindet der Augenblick und geht in die nächste Gegenwart, also in den nächsten Augenblick wieder über. Aber das meine ich nicht, sondern ich rede von der Sinnesphysiologie. Und in der Sinnesphysiologie gibt es den Begriff, das Moment. Und das Moment beschreibt, wie viele Einzelereignisse ein Lebewesen pro Zeiteinheit, also pro Sekunde, getrennt wahrnehmen kann. Das Moment kann nun höher sein oder es kann niedriger sein. Es ist einerseits artspezifisch, das heißt, jede Tierart hat eine ganz bestimmte Fähigkeit der Verarbeitung von Bildern pro Sekunde. Und dann natürlich noch jedes Einzelindividuum eine höchstpersönliche Form des eigenen höchstpersönlichen Moments. Und jetzt kommen wir zu dem Umstand, warum mich die Fliegen hier oben zu sehen, eine wunderbare Makroaufnahme einer Blumenfliege und unten der riesig vergrößerte Kopf einer Hornissenschwebfliege. Wieso die Fliegen uns sozusagen das Auge öffnen auf den Umstand, wieso wir zu schnell fahren. Fliegen können viel, viel mehr Einzelbilder pro Sekunde wahrnehmen als wir. Wir kennen das klassische Phänomen, das früher angewendet wurde, um einen Film natürlich noch in der alten analogen Weise zu produzieren. Nämlich als einen langen Zelluloidstreifen mit einzelnen Bildkadern. Und die wurden dann durch einen Filmapparat durchlaufen gelassen. Und das, was dann sich ergibt, ist optisch ein laufendes Bild. Wir können also die einzelnen Bilder nicht mehr getrennt wahrnehmen. Das ist bei Menschen ungefähr 18 Bilder pro Sekunde. Bei Fliegen ist das wesentlich mehr. Fliegen können 200 Bilder, teilweise etwas mehr, etwas weniger, getrennt wahrnehmen und haben daher ein völlig anderes Bild der Umgebung. Sie nehmen uns als extrem langsam und im Schneckentempo uns fortbewegend wahr. Das ist auch der Grund, warum man mit der Hand eine Fliege im Flug nie fangen kann. Und es überhaupt schwierig ist, auch eine Fliege am Küchentisch zum Beispiel zu erschlagen mit der Hand. Weil Fliegen uns als extrem langsam wahrnehmen. Man könnte es übersetzen, die Hand, die sich einer Fliege nähert, die kommt im Schneckentempo langsam nach unten. Und die Fliege kann dann irgendwann einmal ganz bequem wegfliegen, weil sie uns als so langsam wahrnimmt. Im Vergleich dazu eine Weinbergschnecke. Sie kann zwei Bilder pro Sekunde maximal getrennt wahrnehmen. Und für eine Weinbergschnecke, wenn sie uns bewusst wahrnehmen könnte, würden wir wie die irren Ameisen um sie herumlaufen, weil wir so unglaublich schnell wären. Nun hat jeder Mensch aber auch noch seine Möglichkeit, sein eigenes Moment. Und der große Schnitt der Menschen, wenn sie routinierte Autofahrer sind, entspricht eben nicht der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Dort wo 30 ist, wo 50 ist, wo 70 oder 80 ist, ist es in der Regel bei einem routinierten Autofahrer etwas höher. Und nun entsteht automatisch die Unannehmlichkeit, wenn man jetzt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit fährt, entsteht im Körper eine automatische Unterforderung. Und diese Unterforderung, wenn das Moment zwangsweise unterschritten wird, bedeutet, dass man gegen regulieren will und man, wenn man nicht ununterbrochen darauf achtet, sofort wieder etwas schneller wird. Normale Autofahrer werden in einer Kurve, wo zum Beispiel 70 kmh ist, nie mit 140 durchfahren, außer sich den Rallye-Fahrer. Sie werden aber 80 fahren, sie werden vielleicht 90 fahren, je nach Fahrverhältnissen und je nach Können und natürlich auch je nach Fahrzeug. Das ist aber völlig normal, das hat nichts mit der Raserei zu tun, sondern, wie ich gerade erklärt habe, mit unserem inneren Moment, also mit unserer Fähigkeit, getrennte Ereignisse wahrzunehmen und daher darauf zu reagieren. Es ist also unangenehm, wenn man ständig und ununterbrochen untergeschwindig, subjektiv untergeschwindig unterwegs sein muss. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind natürlich von den Verkehrsexperten und auch von der öffentlichen Hand tendenziell etwas untergeschwindig ausgelegt, um immer auf der sicheren Seite zu sein. Kein Verkehrsexperte, keine Gemeinde will sich nachsagen lassen, sie hätten zu hohe Geschwindigkeiten zugelassen, wenn dann dort tatsächlich ein Unfall passieren sollte. Dass aber Unfälle meistens das Zusammenspiel unglücklicher Zufallsereignisse sind, das wird außer Acht gelassen. Es wird immer die Geschwindigkeit als Einzelargument hergenommen, so als wäre die Geschwindigkeit immer dafür verantwortlich, dass es zu einem Unfall kommt. Die häufigsten Unfallursachen sind, wenn man jetzt von dem wirklichen Rasern und dem Roadracing absieht, sind immer dumme Einzelereignisse, die zusammenkommen, wo irgendetwas passiert, das eben nicht im normalen Kontext passieren sollte, aber nicht die Geschwindigkeit per se. Am vernünftigsten wäre es natürlich, wenn es statt strikter Geschwindigkeitsbeschränkungen sogenannte Richtgeschwindigkeiten gäbe, die ganz automatisch je nach Fahrfähigkeiten und je nach den Straßengegebenheiten auch nach oben hin überschritten werden können. Wir haben das Gegenteil ja auch automatisch, niemand wird bestraft, wenn er an einer Stelle, die ihm unübersichtlich vorkommt, nur 30 fährt, obwohl 50 die Höchstgeschwindigkeit ist. Man kann also weniger, geringere Geschwindigkeiten fahren, wieso nicht auch etwas höhere, wenn sie im Rahmen sind. Übrigens die Verkehrstotenzahlen, wenn man zum Beispiel Deutschland mit Österreich vergleicht, zeigen, dass die dort offenen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen auch nicht zu einer wirklich signifikanten Verschlechterung der Todesraten durch Autounfälle führen. Man sieht also, dass die Geschwindigkeit als solche nicht hier eine Hauptursache für große Probleme festzumachen ist. Wenn ihr das nächste Mal vom Polizisten beim Schnellfahren erdappt werdet, dann redet euch ruhig auf mich aus, sagt nicht, dass ihr ganz dringend irgendwo hin musstet, sondern erklärt ihm, dass es mit dem Moment zu tun hat. Macht dabei gleich Werbung für meinen Kanal, vielleicht schaut sich auch der Polizist meinen YouTube Beitrag an. In diesem Sinne alles Gute, aufpassen beim Autofahren und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017